Musik Holiday Nights in der Therme Mediterraner in Bad Hall. Von Juni bis August, jeden Freitag und Samstag ab 18 bis 24 Uhr. Für nur 16 Euro genießen Sie das einzigartige Urlaubsflair der Therme Mediterraner. Der Eintritt in die Saunawelt Relaxium ist gratis. Erleben Sie kulinarische Genüsse wie ein mediterranes Barbecue und traumhaft sommerliche Cocktails in der Mediterraner Bar im Freien. Bei wunderschönen Sonnenuntergängen können Sie in der stylischen Weinlounge edle Tropfen und Käsesnacks genießen und bei entspannend sanfter Chill-Out-Musik die Seele baumeln lassen. Egal ob auf den Sprudel liegen mit Blick auf die Voralpen oder in den vielen gemütlichen Relax-Oasen. Der Alltag ist hier schnell vergessen. Die Zeit zu zweit mit romantischer Abendstimmung, erholen in relaxter Atmosphäre oder einfach nur ausspannen an lauen Sommerabenden. Diese Gelegenheit bietet die Therme Mediterraner und das Relaxium mit speziellen Sauna-Aufgüssen für den Sommer mit reinen, fruchtigen und ätherischen Ölen. Stress weg, chill out. Einfach Urlaubsfeeling pur. Therme und Sauna zum Vorteilspreis von nur 16 Euro bei den Holiday Nights in der Therme Mediterraner. Von Juni bis August jeden Freitag und Samstag ab 18 bis 24 Uhr.